Die Gemeinde Ringklingen Die Gemeinde Ringklingen, der älteste urkundlich genannte Ort des Kreichgaus, Anno 638 und 769 im Kodex Laures Hamensis des Klosters Lorsch unter der Ortsbezeichnung Richi-Linchheim erwähnt, feierte in der Zeit vom 2. bis 4. August 1969 ihr Jubiläum mit einer Folge von Veranstaltungen. Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Feier für die Nachwelt im Film festzuhalten. Möge dieses Dokument uns noch recht lange an diese schönen festlichen Tage erinnern. Das wünscht euch euer Bürgermeister. Die Gemeinde Ringklingen Tage des Feierns beginnen mit einem eindrucksvollen Festakt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Werdegäste, liebe Ringklinger, Zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Ringklingen darf ich Sie im Namen des Gemeinderates auf das Herzlichste begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt dem Schirmherr unseres Festes, dem Herrn Regierungspräsidenten Dr. Werner Munzinger. Recht herzlich darf ich in unserer Mitte begrüßen den Herrn Bundestagsabgeordneten Dr. Arzinger. Ebenso herzlich den Landtagsabgeordneten für unseren Wahlkreis, dem Herrn Kühnle. Einen herzlichen Willkongruß unserem Festredner, dem Herrn Regierungsamt Oberamtmann Pickel. Als Vertreter der Kirche darf ich begrüßen den Herrn Dekan Veil. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen und bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht alle heute anwesenden Persönlichkeiten namentlich begrüßen konnte. Ich bitte auch um Nachsicht, wenn ich jemanden, der Persönlichkeiten an der falschen Stelle genannt haben sollte. Das wollen wir am heutigen Jubiläumstag unserer Gemeinde Ringklingen versprechen. Zum Wohle unserer Gemeinde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bürgerinnen und Bürger von Ringklingen, ich habe Ihnen als erstes zu Ihrer heutigen Jubiläumsfeier, 1200 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung, die herzlichen Glückwünsche der Landesregierung Baden-Württemberg zu überbringen. Diesen Glückwünschen darf ich die eigenen Glückwünsche des Regierungspräsidiums Nord-Baden anschließen. Das Innenministerium Baden-Württemberg verleiht der Gemeinde Ringklingen, Landkreis Karlsruhe nach Paragraph so und so wie der Gemeindeordnung das Recht, eine Flagge in den Farben Blau-Weiß, Blau-Silber zu führen. Und nun muss ich noch, Sie werden es gleich sehen, Ihnen die Fahne zeigen. Herr Bürgermeister, kommen Sie mit mir, bitte schön. Sehr geehrter Herr Regierungspräsident, meine Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren, liebe Ringklinger von Ringklingen. Der Regierungsoberamtmann Willi Pickel ist der Festtreter des Abends. Der Regierungsoberamt Willi Pickel ist der Festtreter des Abends. Ringklinger von Ringklingen. Ringklinger, Ringklinger, wie süß ist dein Blühen, wenn unsere Spalten den Himmel durchziehen. Ringklinger von Ringklingen. Ringklinger von Ringklingen. Ringklinger, Linde, im herzlichen Ort. Ein Bürgerbrief. Die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde zu vergeben hat, ist die Ernennung zum Ehrenbürger. Otto Bickel hat in jahrzehntelanger mühevoller Arbeit sich um die Erforschung der Geschichte der Gemeinde Ringklingen und ihrer Einwohner bemüht. Mit der Herausgabe der Schriften, Greichgauer Bickelbuch, zwei Greichgauer Bickel-Ahnendaten. Der Bürgermeister beglückwünscht seinen Ehrenbürger. Die Ehren, die mir eben zuteilgeworden ist, ist für mich überwältigend. Die Herren Atzinger, Kienle und der Vertreter des Landrats, Herr Wilker und Bürgermeister Leicht von der Kirche. Bretten unserer Nachbarstadt überbringen ihre Grüße an die Jubelgemeinde Ringkling. Das gehe ich für die Untertitel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Unser hoher Gast nimmt einen kräftigen Imbiss von zahter Handkredenz und besteigt danach das Podium, um eigenhändig das Festorchester zu dirigieren. Musik Ehrengäste und Bürgermeister fühlen sich in ganz so vieler Schönheit offensichtlich ganz besonders wohl. Musik Regierungspräsident Munzinger bedankt sich nochmals mit den Worten lebenswürdiger Komplimente bei den jungen Rinklingerinnen. Musik Musik Am Sonntagmorgen gedachte man in einer schlichten Feierstunde unserer Toten auf dem Ortsfriedhof. Musik Wir sind in dieser Stunde hier zusammengekommen, um an unserem Feiertag, an der 1200-Jahr-Feier, auch unserer Vorfahren und Ahnen zu gedenken. Ohne Ihr Sein wären wir heute nicht hier. Wir gedenken in dieser Stunde all unserer Toten hier auf unserem Heimatfriedhof. Musik Möge Gott Ihnen die Ruhe bewahren. Musik Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Musik Liebe Gemeinde Rinklingen, wir gedenken anlässlich der 1200-Jahr-Feier, unserer Gemeinde, der lieben Toten. Wie eben Herr Bürgermeister schon gesagt hat, wären wir ohne Ihr Leben, Ihr Wirken und Sein nicht. Musik Unser Gott baut mit lebendigen Steinen sein Volk, seine Gemeinde. Musik Und dann ruft er uns nach seinem ewigen, unerforschlichen, aber allzeit allweisen Rat ab, aus unserer täglichen Arbeit, aus unseren Sorgen und Mühen, zu seiner und unserer Ruhe, dem ewigen... Musik Auf bleibet treu und halbet fest, so wird Euch mir gelingen. Wer sich von Gott nicht scheinen lässt, der kann die Hölle zwingen. Musik Auf dem Weg nach Hause trafen sich alte und junge Rinklinger zum festlichen, frohen Wiedersehen. Rinklingen erwartet im bunten Festschmuck den Festzug, den die Gruppen der Vereinigung Altbrittheim in ihren schönen Kostümen gestalten. Musik Herr Stadtvogt, werte Mitglieder von Altbrittheim, als Bürgermeister von Rinklingen darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer 1200-Jahrfeier. Wir sind stolz, dass Bretten uns so großzügigerweise zu unserem Festzug ausgeholfen hat. Wir wären nicht in der Lage gewesen, einen Festzug zu halten. Deshalb sind wir besonders stolz, dass Altbrittheim so großzügig hier uns unterstützt. Sie werden auch sehen, die Rinklinger Bevölkerung wird dankbar sein. Sie werden kaum oder selten mal so einen Applaus gekriegt haben, wie Sie den in Rinklingen empfangen. Als kleines Präsent möchte ich Ihnen unser Nationalwässerle zum Trinken geben. Die jungen Damen da, die hübschen, ich werde Ihnen Nationalwässerle echt zwitschge Wasser überreichen. Je nach Bedarf. Es muss keiner trinken, wenn er nicht will. Aber es darf jeder trinken. Ich kann jetzt weiter halten. Ich kann jetzt ruhig halten. Ich kann jetzt halt fest. Bitteschön! Nach dem Festzug eilen Alt und Jung zum Festplatz und eine Bombenstimmung herrscht an diesem strahlenden Sonntagsnachbedarf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.